Hoss hat wieder ein neues Video zum Bitcoin gemacht und eine Prognose zur weiteren Entwicklung von Bitcoin gegeben und heute schauen wir uns wie auch in den anderen Reaktionsvideos zu Hoss diese Prognose an, bewerten diese Einschätzung von Hoss und geben dann abschließend unsere Sicht auf die weitere preisliche Entwicklung von Bitcoin ab. Also wenn Sie von den nächsten Bewegungen im Bitcoin-Chart profitieren wollen, dann bleiben Sie auf jeden Fall bis zum Ende dran. Los geht's! Zunächst einmal noch ein kleines Vorwort und zwar regt es anscheinend viele Leute auf, wenn wir auf Hoss Meinung eingehen und vor allem diese kritisieren, aber wie wir auch schon in den letzten Videos gesehen haben, lag Hoss nicht immer richtig, also er ist auch nur ein Mensch, er ist natürlich ein sehr sehr guter Trader, das sieht man auch an den riesigen Profiten, die er erzielt hat durch Trading, aber er liegt auf jeden Fall nie 100% richtig, was auch normal ist, aber genau deswegen müssen wir jede Aussage immer unter die Lupe nehmen und schauen, ob das so ganz stimmen kann, wir können nie jedem blind vertrauen. Und deswegen werden wir uns heute auch dieses Video von ihm anschauen und wir starten direkt mit diesem Clip. Für mich aber aktuell strukturell relativ klar, dass wir wahrscheinlich den nächsten Monat hinweg zumindest hier bis zum 19. Februar zeitplan technisch eher seitwärts bzw. fallende Kurse sehen. Zunächst einmal hat Hoss das Ende der Verkäufe des GBTC am 19. Februar angesetzt und dieses Ereignis am 19. Februar sieht er dann wieder als Katalysator für einen nächsten Push nach oben, aber in der Lücke, also im Zeitraum bis dahin geht er von einer Konsolidierung bzw. von einer Korrektur im Bitcoin-Chart aus und das schauen wir uns auch gleich mal mit der Elliott-Wellen-Methodik auf dem Chart an, weil wir arbeiten ja etwas anders als Hoss. Und zwar arbeiten wir mit einer Chart-Technik, mit der Elliott-Wellen-Methodik, die uns ermöglicht Preisbewegungen genau zu lesen und damit auch zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Wir schauen uns das jetzt mal im langfristigen Bitcoin-Chart an. So, zunächst einmal, was ist denn überhaupt die Elliott-Wellen-Methodik? Dazu muss man wissen, dass wir den Chart immer in fünfteiligen und dreiteiligen Strukturen lesen. Eine fünfteilige Struktur wäre halt so ein Aufwärtstrend und wir gehen ja beim Kryptomarkt jetzt vor allem bei Bitcoin davon aus, dass wir in einem neuen Bullrun sind, also in einem neuen Aufwärtstrend sind und deswegen müssen wir eben eine komplizierte fünfteilige Struktur sehen. Das heißt, wir müssen 1, 2, 3, 4 und 5 Glieder in der Preisbewegung erkennen können und von diesen sind eben die zweite Bewegung und die vierte Bewegung Korrekturen. Und wie man sehen kann, hier in grün gekennzeichnet, haben wir die erste übergeordnete Bewegung bekommen, dann noch die zweite, die Korrektur, die ist seitlich verlaufen in dieser Manier und danach kommt dann eben hier diese dritte Bewegung. Und diese dritte Bewegung ist halt in einer fünfteiligen Impulsstruktur meistens die stärkste und längste Welle und diese hat auch immer eine klare Zielzone und die sollte dann erreicht werden, damit wir davon ausgehen können, dass die nächste Bewegung schon gestartet ist und das ist hier nicht geschehen. Die dritte Bewegung kommt in den allermeisten Fällen immer mindestens bis zum 161, 8%igen Fibonacci Extensionsniveau, das wäre in dem Fall bei 50.260 US-Dollar. Da ist der Bitcoin-Preis nicht reingekommen und deswegen gehen wir auch nicht davon aus, dass diese dritte Bewegung schon beendet wurde. Und wir gehen deswegen davon aus, dass wir die nächsten Monate bzw. Wochen dann nochmal in diese Box reinkommen, um diese dritte Bewegung dann auch wirklich abzuschließen. Nach dieser dritten Bewegung werden wir auch wieder eine längere Seitwärtsphase bekommen, in dieser vierten Bewegung, aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind noch in dieser internen Struktur von der 3 und müssen die eben auch komplettiert sehen. Und bisher können wir in dieser internen Struktur, die ja auch nochmal aus 5 Gliedern besteht, wieder nur 3 Glieder sehen. Sprich, wir sind hier mittendrin in einer Korrektur. Wir wissen ja, dass halt mit der ETF-Genehmigung bzw. halt mit dem Handelbarmachen der ETFs dieser Pump hier gekommen ist. Wenn wir in der Reihen zoomen, sehen wir den auch besser. Und zwar war das ja hier dieses Stück nach oben. Danach haben wir ja diesen Abverkauf gesehen und wir denken, dass dieser Pump dann die Spitze von dieser internen 3 markiert hat und dass wir jetzt in einer Welle 4 Korrektur sind, die dann auch meistens seitlich verläuft. Das heißt, wir stimmen damit überein, dass wir die nächste Zeit eine Konsolidierung bzw. eine Korrektur sehen werden. Denn das wird einfach nichts anderes sein als diese Welle 4 Bewegung und die kann dann halt auch, wie Hoss sagt, seitlich verlaufen. Also es kann auch hier sowas werden zum Beispiel, dass wir hier so eine dreiteilige Struktur aber seitwärts gesehen bekommen. Das kann alles passieren und es kann auch sein, dass wir Hoss dieser 19. Februar dann den nächsten Anstieg, also den nächsten Pump nach oben katalysieren wird, also einleiten wird und beschleunigen wird. Das kann sein. Aber bei fundamentalen Daten muss man immer aufpassen, weil man halt nie sagen kann, ob das jetzt wirklich so eintrifft und wie sich das auf den Chart auswirken wird. Deswegen verlassen wir uns hier lieber auf die Chart-Technik und die sagt uns eben, dass wir erstmal ab den nächsten Wochen bzw. Tage dann hier in dieser Welle 4 Bewegung seitlich im Chart agieren werden. Für mich ist dieses Level also, hier die 43.500 bis 43.700, das Make-or-Break-Level für jeden, der sehr, sehr bullisch gestimmt ist. Wenn ihr sehr, sehr bullisch gestimmt seid, dann wollt ihr wahrscheinlich hier im Daily-Support-Bereich, der hier zwischen 40.000 und 41.000 liegt, nachkaufen, Long-Position eröffnen und darauf hoffen, dass diese Resistenz hier durchbrochen wird und confirmed wird und dann über den Daily-Resistenz ausgebrochen wird nach oben. Ja, Hoss hat erstmal das bullige Szenario geschildert und bei diesem ist es eben so, dass wir hier vielleicht noch ein Stück weiter nach unten kommen und dann praktisch hier weiter nach oben steigen, wieder an diese Zielzone rein oder vielleicht sogar noch weiter nach oben. Aber das Problem damit ist, dass diese vierte Bewegung mindestens dreiteilig ablaufen muss, also es muss drei Glieder haben. Und wenn wir hier sagen, dass diese dritte Bewegung hier geendet ist, dann ist es ja der Start der vierten Bewegung und somit hätten wir hier nur diese Abwärtsbewegung, also eine Bewegung von drei bekommen. Das heißt, dieser nächste Anstieg, der ja wahrscheinlich auch kommen wird, der wird auch kommen müssen, wegen dieser internen Struktur der vier, wird eben nur ein Rücksetzer am übergeordneten Abwärtstrend sein, also kein nachhaltiger Anstieg, der wird dann wahrscheinlich hier in dieser Gegend enden, kann aber auch etwas überschießen, das ist kein Problem. Auf jeden Fall sollte es danach dann nochmal nach unten kommen und kann auch sogar hier ein neues Tief ausbilden. Also man sollte auf gar keinen Fall unserer Ansicht nach hier bullig einsteigen, um dann lange Zeit hier zu handeln und darauf zu hoffen, dass wir hier nochmal deutlich höher steigen im Preis. Das wird nämlich nicht passieren. Wir werden noch einmal runterkommen und dann kann es eben sein, dass wir hier einsteigen können und dann den nächsten Anstieg starten. Aber das Problem bei der vier ist, dass das Ganze auch deutlich komplexer werden kann. Das Ganze kann zum Beispiel auch ein Dreieck werden, also dass wir hier mehr als drei Glieder bekommen und dass wir dann erst den Anstieg bekommen, das kann alles sein. Und deswegen sollte man hier diese interne Struktur von dieser übergeordneten vier Bewegung am besten nicht handeln, sondern man sollte am besten hier auf die Zielzone von der vierten Bewegung warten, weil bei der Elliott-Wellen-Methode haben wir immer Zielzonen für die Bewegungen und bei der vierten Bewegung ist es so, dass sie ihre Zielzone zwischen dem 38,2%igen und dem 50%igen Fibonacci Retracement Level hat. Also wer hier einsteigen will, um den nächsten Anstieg zu handeln, der könnte es so machen, dass er dann hier zum Beispiel eine Limit Order hinterlegt und dann automatisch im Anstieg drin ist, sobald der Preis hier reinläuft, um dann die Trendwende zu vollziehen. Dann muss man diese internen Strukturen hier nicht mitverfolgen, sondern kann sich einfach hier auf diese Support Level verlassen. Ja, danach erklärt Horst, wie es bärig weitergehen könnte, also dass man hier noch tiefer gehen kann und was für Level wir anlaufen könnten im Preis und welche rejected werden könnten und so weiter. Aber ganz ehrlich, das macht wenig Sinn, weil das können wir hier wirklich nicht vorhersagen. Wir können nicht vorhersagen, wie tief diese Korrektur kommt. Wir können uns hier nur auf diese Zielzone verlassen, weil tiefer als 50% sollte diese Korrektur nicht kommen, also tiefer als 37.000 US-Dollar sollte der Preis nicht kommen. Wenn das passiert, dann müssen wir von einer ganz anderen Zählung ausgehen, aber das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren, sondern der Preis sollte hier in dieser Zielzone enden, kann aber auch darüber enden, also hier beim letzten Tief dann enden. Das kann auch passieren, aber die Level sind klar. Wir haben hier einmal das 39.880er Support Level und das 39.100er Support Level und dann noch hier das letzte Support Level, das ich ja schon gerade genannt habe. Und diese können dann halt respektiert werden und dann genutzt werden, um eine Trendwende zu vollziehen. Aber generell gesprochen sollte die Korrektur dann halt hier irgendwo in dieser Zielzone enden und dann den nächsten Anstieg starten. Ja, ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und einen mehr Wert gebracht. Wenn das der Fall sein sollte, dann lassen Sie gerne ein Abo und ein Like da, wenn Sie irgendwelche Kooperationsanfragen oder sonstige Fragen haben. Dann können Sie gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse bullishimpulsmanagement at gmail.com senden. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Handelswoche. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.